Enteignung für Braunkohle, ja oder nein? Bisher wird rumlaviert. Ich hätte einfach gern die Antwort. Wir versuchen es so weit wie möglich zu vermeiden. Sehen Sie, das ist das Problem. Im Wahlkampf auf gar keinen Fall. Wissen Sie, Sie müssen halt eins verstehen. Ich muss immer nur verstehen. Geheime treffen im Wald, wie läuft sowas ab?